Wollen wir jetzt so? Äh... Da, ich hab mich mal... Ich hab 2560 Bargeld bekommen. Ich hab mich erst mal ausgewusst. 165 Punkte DJ 95. 0 0 Was noch mal? Gefällt gut. So was ist das? Ein verpasstisch. Wo was? Was da kommt? Aktualisieren? Uh! Im Looping. Oh, jetzt gibt's hier... Überlebenskampf. In Looping, oder? In Looping, dass wir das machen. Was? Na, im Looping. Das ist ein Rennen. Ja, ein Rennen. Okay. 3 von 4 Stimmen. Geil, auch GTA ist das beste Demokratie-System, ja. Wenn 2 von 4 Stimmen draufdrücken, ja, dann wird natürlich das... Ja, es gibt ja keine Unentschieden. Wer zuerst 2 Stimmen hat, gewinnt. Ach, nur mal ganz kurz. Ich nehme nicht mit OBS auf. Darum gibt's doch keine Facecam. Oh, wir müssen da... Und zu mir gibt's keine Facecam, weil ich hässlich bin. Ich hab so überlegt, ob ich eine Facecam mit dazu mache und dann... naja... Weil OBS eh strikt. Deswegen da hab ich ja dauernd irgendwelche Drops. So. So. Sind wir bereit jetzt? Ja. Ja? Drück auf Start. So, Tampusi. Ich hab hier grad DJ am... 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 Schau den Leggings an. Oh geil. Das ist ein Hipster. Purore auf der Farbe. Witzung wird gestartet. Oh nein, nicht das hier. Oh Gott. Oh Gott. Warzeug. Bessere. Hydra. P90. Laser. We're firing my laser. Ich glaub ich nehm diesen P... keine Ahnung was das ist. Ja, also ich nehm auch den. P996 Laser nehm ich. Weiß doch nicht, ob der sehr gut ist, aber egal. Doch, doch, ich find der von den TIEF find ich am besten irgendwie. Ja, der hat ne gute Mischung. Seid ihr jetzt fertig? Ich bin's. Wieso keiner zufälliger ist? Aber ich ganz ehrlich sein? Ich bin noch nie geflogen in dem Spiel. Ich auch nicht. Ja? Ja? Oder was? Hoffentlich müssen wir da nicht mit Numpad-Torren runter machen, Alter. Bereit zum Spielen? Ich setz kein Geld auf den Scheißteil. Nee, ich auch nicht. Das ist Bullshit. Ja, ihr anderen vielleicht mal. Aber egal. Entschuldigung. Ich drück' immer auf Enter und dann wechselt der durch. Wie geb' ich eigentlich Gas mit dem Scheißteil? Keine Ahnung. Okay, wie fahr' ich hoch und runter? Wahrscheinlich mit Numpad. Ja, Numpad ist es. Ja. Geil. Geil. Man denkt ja normalerweise, wenn man nach oben drückt. Uuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Warte, warte. Lass mal raus aus der Ego-Perspektive. Ich kann nicht liegen. Ja, da kann man immer kurz drücken und nicht irgendwie... Oh nein! Oh nein! Du musst da hochkommen, Alter. Wie soll? Du musst ein Looping machen. Ich hab ein Looping gemacht, aber wie soll ich da hinkommen, Alter? Wenn du ein Looping machst. Du musst doch nochmal ein Looping machen, oder was? Nein, 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 nein. Ohhhh, die Steuerung. Oh, gut. Die ist so scheiße. Ich hab den Wegpunkt nicht erwischt. Peng. Ich fühl mich wie... Alter, ich glaub ich nehm ein bisschen mehr Anlauf, Alter, das wird so nix. Ich hab's immer so durch den ersten Ring. Und danach... So, jetzt aber! Wo ist das Ziel, bitte? Ich ha... Ich mag Jetren nicht so. Bin nicht verlangt. Ich frau mich grad eher, wo der nächste Wegpunkt ist. Angeblich bin ich grad dran vorbei. Okay, ich flieg schon wieder in die komplett falsche Richtung. Ahhhhhh. Wo ist der Boden? Das Ziel. Ahhhhhh. Leute, ich hab keine Ahnung, wo ich mich befinde. Ausstrengen. Ah, ich hab's geschafft, mich wieder zu orientieren. Welcher bin ich? Ich bin zweiter, Leute. Ich blieb den kompletten Scheiß zusammen. Ich bin schon wieder den Scheiß nächsten Checkpunkt. Den Checkpunkt nicht alle. Oh, ich werd's jetzt sehen. Ja, ich hör auf DJs. So, ich wär mal Froschitz, dass ich wieder spielen. Wo ist der nächste Checkpunkt? Ja nicht. Das war im Ernst, aber ich finde den Scheiß Checkpunkt. Oh, da ist er. Das kann ja was werden, ey. Wo bin ich? Ne, ich… Ne, üb sich nach ner Zeit mal ein, alter. Das sagst du jetzt, Alter. Dann sollst du deinen Scheiß Weg finden, Alter. Ich hab keine Ahnung, wo ich gerade hin musste. Ne, jetzt wird's langsam wieder was. Ehhh. Ihr seid ja jetzt da. Du weißt schon, es kommt vielleicht noch ein Looping, gell? Wunderbar. Borschi. Oh Gott. Alter. Ich glaub das. Das ist schwierig, Alter. Jetzt musst du nur noch mal ein Looping machen. Danach gehst du vorne recht und ist das Ziel. Hä? Über dir. Warte oben. Wo? Wo bin ich? Über dir war noch einer. Ja das ist mal ein Problem mit diesem Irgendwohin fliegen, Alter. Ich seh ja nicht mal wo zum Teufler Checkpunkt sein wird. Da ist er. Hab ihn gefunden. Du 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 du. Das gleiche Problem hab ich aber auch gerade. Ja sag ich doch. Das ist nicht so leicht, Alter. Ah, da war er. Ich hab ein... Das erste Mal hier schön mit dem Flugzeug unterwegs, Alter. Und ich denk mir so, what the fuck? Warte, ich hol mal ein bisschen Abstand, Alter. Ach, ohne so. Ich mach das voll oft, dass ich einfach mal ein bisschen Abstand halte. Genau. Und ordentlicher Anflugmacher. Ich bin grad in eine Palme reingerast und bin deswegen gestorben. Hey, wo ist eigentlich der nächste Check? Oh, da. Wo war er denn? Da oben ist er. Nein! Ja! Ich hab ihn erwischt. Wo muss ich hin? Nein! Ich weiß doch nicht. Wo bin ich? Oh Gott. Ach, der Alter. Da auf der Straße! das ist auch die scheißegal aufs Selbstplatz, Hauptsache wir dann in die richtige Richtung fliegen ja ja, genau so denk ich mir das auch, die haben die ganze Zeit Checkpunkt erwischt und dann sterben Hab ich's gleich geschafft? Ja Das musst du noch holen und danach noch eins lassen, da ist das Ziel dann Das ist das letzte, so jetzt muss ich zum Ziel fliegen Aaaaaaah Schön unter der Brücke noch durch Komm schon Strom Ich hab' schwarzen Böscher Warten Warten Den scheue ich eigentlich geradezu, oh nochmal schwarze Böscher DJ hat das schwingen lassen, dein Ernst Lädd, Shikoya Ja Dann ich sah meine Kamera ein, dann Hey DJ hat das Spiel verlassen Ich glaub der Timecard aus Da, ne der ist gemutet Ich bin Zweiter Nie beendet Daube bereits 5 Minuten 47 Ja Böscher Genau und jetzt fliegt meinung noch raus 2300, wunderbar und 390 RB Hatte grad so einen roten Strich an Dio Kann ich erstmal mein Geld auf die Bank überweisen und dann kommt das automatisch aufs Bankkonto Nutz Bargeld 2300 Gaaah Wo haben wir da jetzt geschrieben? Mein Internet ist down Ja Oh man kriegt das Das soll ich auch sagen Man kriegt die Erfahrung aber noch nicht Lass mal, lass mal ein anderes Rennen machen Weil jetzt kommt, oder? Staub zu stark Staub, Schweiß und Benzin Heb ab oder was? Mit Heli? Kriminell und schnell Nein, ich weiß nicht Ich warte dafür Okay Oh nein, ich warte Ja, ich warte Kriminell und schnell Ja, jetzt wählen wir alle Monster Trucks aus, alle Wirklich? Ja, wir sollten am besten alle das gleiche Fahrzeug werden, das wär irgendwie am besten fairer Anstatt dieses Diese, zum Beispiel hat eine eine Oma-Karre oder so Genau wieder Kann ja vorkommen, ja Beigetreten, beigetreten, kannst starten Kannst starten, starten Warte noch kurz Bist du kein Rad? Puschtar, start 5 Kilometer, das schafft man 5 Minuten, oder? Jep Vielleicht Außer sie machen wir da irgendwas kompliziertes draus Ohhhh Welchen Nemo? Wir nehmen den Liberator Wir können den nehmen Ich würde sagen, wir wählen das aus, was wir können Und zwar das, was wir haben Sportfahren Nila, Roche 3B Bereits zum Spielen Keine Wetten Ich hab kein Geld Bereit Kein Geld Also ich hab schon Geld, aber ich wette nicht Ich auch nicht Da hab ich sie bekloppt Schweiß und Benzin Bin ich ganz vorne America America Fuck you Jetzt geht's ab hier Warte Der brummt da wecker Und ich bin schon irgendwo dagegen gefahren Ohhhh Mir lagts wie sonst was Ob, da lagts schon wieder Ey, warum lagts das bei dir? Mir lagts Das sind die zufälligen lagtsbikes, was du kennst eh Aber deswegen kann ich grad nicht unbedingt steuern Äh Alter, lässt du mich jetzt mal in Ruhe? Taki, du Penner Hab ich schon erwähnt, dass ich nicht fahren kann? Vor allem nicht mit Monster Trucks Wie setzt man zurück mit der Vorder? Wie setzt man zurück mit der Vorder? Das Ding rutscht, wie wenns auf Eis wäre alle Das ist ein Monstertruck, was würdest du erwarten? Bisschen mehr Gri... Ich bin ja mit der Strecke ganz geil Wieso hat man denn den fetten Gripper auf den Rädern? Damit man nicht rumgleitet Die Strecke ist geil, ja Aber ich bin scheiß am Fahren Der Grip auf den Reifen ist eher dazu da Den Sand wegzuschaufeln Damit sich das Auto bewegt Anstatt dass Wenn irgendwo besser hängen bleibt Oh Gott Nein, nein, nein Ja, im Sand Dass du ihn nicht wegschaufelst Sondern dass er liegen bleibt Was ich gesagt, F, wo? Ja, F gedrückt halten Hi Ich weiß Hahaha Das heißt, was ich F gedrückt halten Weil das hat mich ins Grunde gehauen Merke, nicht ineinander fahren Ne Oh Gott, wie soll man hier hochkommen? Da ist ein Stein, Vorsicht Den kannst du draufhauen Gertaki ist bestimmt schon wieder am Ziel, ne? Ja, wie sonst auch Ja, wie sonst auch Noch nicht Der ist ja hier am Tryharden Der sagt ja nicht mal was Hm, deswegen, ja Ah Wer konzentriert? Ja Ja, das meine ich ja Ja, wir sind Let's Player Wir müssen failen Ja Wenn man nicht Wenn man nicht labert Sondern sich konzentriert Du versuchst es zu hart Aber so zu hart versuchen Hallo Du hast es mal langsam Was denn, du stehst in meinem Auto Oh ja, komm Ich geb's ja von hinten Hörst dich Ich hab's ja nicht mal geschafft Das Schatz Auto unter meine Kontrolle zu bringen Wo gehst du denn lang, Alter? Warum hab ich grad Erfahrungspunkte gekriegt? Weiß nicht Fürs Rammeln Rammler, tausend Punkte Es kommt immer alles drüber Aber nur so'n kleinen Ass kommt ja nicht drüber Ich denk mal grad eher so Wie weit soll's denn da noch hochgehen, Alter? Hey Du hast mich ausgeprämst Die Richtung Feuer Ich bin zu weit rechts Ich bin zu weit rechts Aber das geht sich aus Jeeeeehaa Wuuuuh Nein Du hättest im Wasser fahren Das ist im Wasser fahren Das fand ich echt gefallen Oh, jetzt haben wir Gripper Baum Ey Aber wenn du gegen so'n kleines Bäumchen fährst Dann springt er weg So übelst du ich meine Drehung Fall auf Rücken Puff explodiert das ganze Auto das ist oft so wenn es auf dein Benzintank fällt dann explodiert genau und da ist wie jeder weiß am Dach hinten was für ein Grip ey ich rase an dem Ding vorbei ja ich sag doch der Grip ist un unwürdig für den Monster Truck wegen hat man ja den ganzen die Riffeln auf den Leib mit man bessere Bodenhaftung wird bin am Ziel da links Juhu das ist irgendwo nur so eine entspannte Fahrtour eigentlich ja das nein das Fahrradrennen machen wir nicht nochmal von dem Berg runter das war lustig könnt es gerne nochmal machen dazu warten wir auch nochmal auf Mauri in unserem Sportloch ja aber das war zumindest lustig darunter zu wirken ja gewinnen ist ja nicht so gewinnen da kann es auch schlafen wenn jetzt Gas geben ja wenn du Gas gibst da vorne ist nämlich Geld das Ziel Acht sieben komm das ist schon auf deiner Minimap markiert da links ist das Ziel nein und aus es ist ich musste nur mir noch den Checkpoint holen ja da war es Ziel oh ohne immer schön in Sicht weiter von Zielsterben oder 3 1900 Cash unter 600 russlandpunkte und he und eigentlich gar nicht als mal wieder ins will also ins overworld enthalten nein wir können rausgehen ja verlassen exakt wenn ich kann ich jetzt lässt mich nicht schlägt das ist üblich aber jetzt jetzt saugt es gerade auf mich ran aber jetzt stehe ich da wo wir aufgehört haben mit rennen irgendwo in der pampa erinnern muss man von euch so ein ding machen weil ich sehe dich nicht floh erhält nämlich auch freien modus zu müssen ja man war hoffen was er auf escape gedrückt und jetzt bin ich draußen ich auch jetzt habe ich doch 8000 verbankt stimmt sollte vielleicht auch mal machen ich stehe gerade mit einem weißen auto haben wir meins hier ganz am rand von der map die weitesten von hier ist nach hause was geht vielleicht noch was machen oder nicht mehr könnten wir zu einer schule ich hätte schon bock auf den missioner genau da wo wir gerade gestorben sind wir sind plötzlich mal in der gleichen lobby ich bin ganz alleine hier ja ich auch wie gesagt dann müsste er noch von uns mal eine lobby öffnen dann haben wir ja ja aber obwohl ich jetzt job machen nochmals so ein oder nicht nur eigentlich nicht ich will das bauten weil sonst weil wenn jetzt wieder sagt mir noch zu besorgen aber ich wollte jetzt ein hier auf maury worten weil der wollte unbedingt mitmachen jetzt soll es ausgeteilt dachte kommen dann nicht relativ schnell wieder da habe ich ja ja das ist ein internet ist da und der ist wie heute abend hervorragend warum wir zu dritt weitermachen oder soll ich jetzt mit floren sind zwei und mission machen ich glaube sollten zu dritten ich habe mich auch mal an ich habe gerade wacke warum mal was willst du bitteschön machen flue jetzt erleben ausräumen warum ich weiß nicht fürs cash für den fan und der formal aus oder wichser aber kann das spielen ja ok ich habe gerade erst mal wieder auf meinen radar geschaut und habe festgestellt ich habe schon ein paar Kilometer die ausfahrt verpasst ja so gut bin ich in dem spiel der flug und da war es um die unterlieben wassitzung mit der bürger nicht er habe ich war bei einer dauerung ich habe bloß nur einladung von simon und lomo 3 km zu meinem appartement da muss ich eingeladen kann ich dir am handy auch annehmen ich habe dir zu gut sein die aus sofort fährst du irgendwann weiter